Ich liebe Bewegung und brauche sie. Einfach bloß Sofa, das ist nichts für mich. Und nur Makots Gassi gehen auch nicht. Es muss ja nicht gleich die große Alpentour sein. Ein kleines Abenteuer mit Hund geht immer. Hauptsache raus und gemeinsam Zeit verbringen. Ich liebe so eine Auszeit, die Hunde auch. Draußen, da kann ich mich entspannen und frei sein. Mit dem Rad Abstand gewinnen, nachhaltig leben, der Natur und der Welt um mich herum nah sein. Cruiser ist dafür der passende Begleiter. Findet mein Freund Milo natürlich auch. Hetzen hat so ein cooler alter Typ nicht verdient. Die Freiheit und die Natur? Unbedingt. Das nächste Abenteuer wartet. Der Natur und derandinavien ist die Hunde. Das überhaupt gibt, muss ich sagen, welche顺 kindergartner kommen. Untertitelung des ZDF, 2020